Ich hatte ja dann unter der Dentaprime Rufnummer angerufen, also wollte mich schlau machen. Da war ich sehr überrascht, also so positiv, ich wurde komplett aufgeklärt, alle Fragen. Also man hat sich direkt so angenommen gefühlt, richtig freundlich behandelt, super alles erklärt. Und so kam das dann auch, dass ich mich dann für die Dentaprime auch zum Glück entschieden hatte.